Dann werden es vier am Stück sein. Iniesta. Messi. Fabregas. Macht's klar. Und wie. Bis fast zum Schluss haben sie sich ein Sahnestückchen aufgehoben. Aber da lohnt es dann schon nochmal zwei, dreimal hinzugucken. Ein klasse Konter über Messi und dann abgeschlossen von Fabregas. Also da sind zwei im Zusammenspiel, die die Spielintelligenz verkörpern. Messis Zuspiel kommt genau im richtigen Moment und genau auf den Punkt, nämlich auf die linke Brust. Und das Ganze, was Fabregas dann veranstaltet, ist ein flüssiger Bewegungsablauf. Da ist kein Stoppen, kein Ruckeln, gar nichts. Das ist Technik in Perfektion. Ein klasse Abschluss bringt den FC Barcelona das 2 zu 0. Und den Gewinn.